Willkommen zu Nerdendom spielt. Ich stelle gerade fest, dass ich die Kamera noch angelassen habe, aber das ist okay. Die nimmt ja nicht so viel Platz weg und ich glaube, ich kann hier trotzdem irgendwo hinklicken. Ja, das geht. Falls ich mir wieder ein Hauptquartier bauen muss. Was das letzte Mal so lange gedauert hat, bis ich das gefunden hatte. Okay, ich bin in Frankreich unterwegs, soll in Le Mans kein Autorennen fahren, sondern eine Flugschau vorbereiten. Ich soll Publikum zur Veranstaltung bringen. Die Veranstaltung ist hier. Dann bauen wir hier mal eine Haltestelle hin. Und hier eine Haltestelle. Hier eine Haltestelle. Und hoffen mal, dass diese drei Haltestellen ausreichen. Ich brauche ein Straßenfahrzeugdepot. Das bauen wir da hin. Und dann kaufen wir mal... Irgendwas, wo wir Leute transportieren können. Ein Landauer. Da passen sechs Leute rein. Der ist 20 Stundenkilometer schnell. Wir machen erst mal drei. Wir machen eine neue Linie. Ich glaube, das fährt bald schon. Nach der neuen Straße soll er nach Dach gefahren werden. Das sieht ganz gut aus. Und dann legen wir mal los. Ja, fahren Sie los. 30 Leute sollen da hin. Da wartet schon einer. Da wartet auch einer. Jetzt weiß ich nicht, macht es Sinn, aus Paris auch Leute zu holen. Oder soll ich jetzt einfach mal warten? Ich weiß nicht. Ja. ich habe schon 5 hingebracht, ich weiß zwar nicht wie, weil die damals nicht angehalten haben, aber na gut und das scheint schnell genug zu gehen dann gucken wir gerade mal wie die Linien sonst hier sind hier geben wir noch einen richtigen Namen hier habe ich gerade das eingerichtet, das ist klar, dass die noch nicht so viel Gewinn macht alles andere macht ganz gut Gewinn, besonders die Stahlbahn und wir sind schon bei 17, das sollte alles recht schnell funktionieren da warten schon 19 Leute, ich glaube ich kann ihn gewissens noch beikaufen und der Brustlinie zuweisen 27 haben wir gleich geschafft, wir machen Gewinn, alles gut Hans wartet gespannt auf die Vorführung zeige, dass du mehr kannst als die Amerikaner und fliege einen besonders wagemutigen Kurs ich kaufe ein Flugzeug am Flugplatz in Le Mans und lande damit auf mindestens 2 verschiedenen Flugplätzen es gibt nur Lerio 9 das Traubler wir machen eine neue Linie eine Art die Ein�wicklung Man kann sich die Reihenfolge irgendwie ändern. Le Mans. Mach mal weg, wenn ich jetzt Le Mans hier hinzufüge. Dann fliegen wir mal mit. Das Ding sieht aber nicht sehr abräumig aus. Da sind wir in Paris. Eiffelturm. Langen wir auch schon. Und starten wir wieder. Jetzt geht es nach Cali. Das ist der Kanal. Das ist England. Dover. Das ist Dover. Hier ist Cali. Und dann sollten wir die Quest auch gleich abgeschlossen haben. neuen Flugzeug beschreibt die elegantesten aller Kurven. Die Yankees platzen vor Neid und die Kundschaft steht schon Schlange. Nach dem Autor in Le Mans steht nun das größte Wagnis der Luftfahrtgeschichte bevor. Der Sprung über den Ärmelkanal. Die Zeit drängt. Konkurrent Hubert Latham ist bereits am Start. Doch dein Freund Bleriot wird ihm zuvor kommen. Er entwickelt gerade ein neues Modell, speziell gefertigt für dieses Unterfangen. Der Rumpf des Flugzeugs muss leichter und aerodynamischer werden. Dies erfordert eigens gefertigte Holzteile. Okay, Britta kriege ich daher zur Flugzeugfahrt statt. Die ist da. Also, kauf mal Fahrzeuge. Der ist schneller. Neue Linie. Das war vielleicht dumm. Ich sollte erstmal hier noch eine LKW-Station inklöppeln. Dann kann ich jetzt hier... Dein erbittertster Konkurrent Hubert Latham ist dir dichter auf den Fersen, als du dachtest. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, überquert er den Ärmelkanal vor dir. Doch Wunder gibt es immer wieder. Notfalls muss man halt etwas nachhelfen. Aha. Sorgen wir erstmal dafür, dass die Blätter da hinkommen. Stimmen wir hier mal zu. Hubert Latham ist mit seiner Ersatzmaschine zu einem Übungsflug aufgebrochen. Das Modell, mit dem er den Sprung über den Ärmelkanal wagen will, steht indessen unbewacht im Hangar. Eine gute Gelegenheit, um einige Modifikationen am Flugzeug der Konkurrenz vorzunehmen. Wie bitte beobachtete, wenn man am weitesten vom Flugplatz entfernt ist. Wie bitte beobachtete, wenn man am Flugzeug der Konkurrenz vorzunehmen. Wie soll ich das feststellen? Heiser. So. Jetzt bin ich gespannt. Wie will ich das sabotieren? Das, was ich abreißen kann, zeigt mir aber eigentlich an. Ich habe mehr. Sie sind in der Mitte. Sie sind in der Mitte. Sie sind in der Mitte. So Dann mach ich das an. Dann mach ich da wieder. Das kann ich abreißen, das nicht, die Straße kann ich nur abreißen, aber das ist eigentlich auch nichts. Nicht so viel bringen. Na, da stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch. So. Da ist er jetzt. Das ist weit weg. Eigentlich müsste es das hier sein. Ich kann zwar halb in den Hangar reingucken, sie aber kein Flugzeug dazu stehen. Ah, da steht sabotieren. Das können wir weiter beobachten. Dann warten wir schön bis er wieder auf der anderen Seite ist. Dann geben wir wieder auf sabotieren. Und hoffen, dass wir es mit dem Lumpf verbessern. Das hat funktioniert. Jetzt fange ich an. Da ich eben geschaut hatte, dass viele LKWs warten. Sollte das jetzt relativ schnell gehen. 15. Fünf LKWs hatte ich gekauft. Dann haben wir gleich genug. Das sabotieren hat wieder funktioniert. Er landet wieder. Und startet wieder. Und wieder bis auf der anderen Seite ist. So, dann mutieren wir da. So, dann mutieren wir da. So, na wann kommen die anderen Blöder an? Das ist jetzt der Streifen. So, dann wird es wieder neu sein. Weitere sofortieren. Dann landet es wieder. Jetzt gucke ich, dann nochmal. So, dann ruhe ich dann nochmal. 113. Sollte definitiv Das hätte ich am Anfang an machen sollen und den nennen wir auch rum Nennen wir Kletter, was ist das? Die können wir löschen Die können wir auch waschen Das steht noch eins, das heißt Wann warten wir wieder bis er startet, sabotieren nochmal, bis dahin müssten die Blätter angekommen sein. Die Blätter angekommen, bis dahin und bis dahin. Noch nicht genügend Blätter. Stammt jetzt wieder. Stammt jetzt. Das ist jetzt. Welch fabelhaftes Fluggerät. Damit der Maschine nicht auf halber Strecke der Saft ausgeht, solltest du jetzt noch Treibstoff auftreiben. Treibstoff dahin und liefern nach Calais. Die Maschine nicht auf die Maschine conjugate. Oder ist das in der Maschine? Wenn jemand sagt, glaube ich, zuerst also. Und bis jetzt. Ich brauche noch ein Fahrzeugdekot. Das Bauernhaus. 35 sind 7 Eine neue Linie von Rhein-Süd nach Kalitzentrum Und nicht vergessen, das zu beobachten Lassen wir in zwei Runden drehen und gucken dann mal was der Bratstoff macht Lassen Sieg Lassen Sieg Lassen Sieg Untertitelung des ZDF, 2020 Die haben nichts geladen, es dauert also noch eine Zeit lang bis es ankommt. Also müssen wir noch ein bisschen sabotieren. Also müssen wir noch ein bisschen machen, es dauert auch noch ein bisschen, es dauert auch noch ein bisschen, es dauert auch noch ein bisschen. Nochmal sabotiert. Musik Wir sehen nochmal, was die Treibstoffübelei macht. Musik Pause Wir sind jetzt erst auf dem Glückweg. Das ist halt auch nisch. Das dauert auch die ganze Zeit lang. Musik Dann sehen wir auch, wann es da tatsächlich weitergeht. Musik Musik Dann haben wir schon wieder startet. Musik So, sabotieren. Musik Musik Dann haben wir wieder. Musik 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 Spreated Musik Musik Startet wieder. Supportieren. Rutschratera. 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 Ressusseggen. Musik Jetzt ist der erste gleich da, die anderen folgen dicht auf. Musik 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 Music Musik Musik So, jetzt haben wir das mit dem Breitstoff hautgleich gepackt. Ungeheuerliches Ungemach ist deinem Konkurrenten widerfahren. Aus unerfindlichem Widerfahren. Aus unerfindlichem Widerstand. Aus unerfindlichen Gründen weist seine Maschine zahllose Defekte auf. Nun wird es ihm unmöglich sein, den Kanal vor dir zu überqueren. Gesafft. Alles ist vorbereitet, das Wetter sieht gut aus. Doch der arme Herr Bleriot hat sich bei den Vorbereitungen leider beide Arme gebrochen. Nun soll dir die Ehre zuteil werden, den Jungfernflug über den Kanal zu bewerkstelligen. Das haben wir noch. Flugzeug an der Linie zuweisen habe ich gemacht, landen. Flugzeug an der Linie zu nehmen. Und dann, das ist ja noch ein Büch vom Kanal weg. Dann, das ist ja noch ein Büch vom Kanal weg. Dann, das ist ja noch ein Büch vom Kanal weg. Ja, das startet vom Kanal weg. Und ähnlich ist das denn. Wir sind gelandet. Da warte ich jetzt sogar schon eine Person, die mitfällt. Eine Glanzleistung. Du bist der Stolz der Nation. Nur dein Freund ist etwas bekränkt, weil die Ehre der Kanalüberquerung nicht ihm selbst zuteil wurde. Künftig wird er die Fliegerei bleiben lassen und sich ganz auf die Konstruktion von Flugzeugen beschränken, denn die sind jetzt heiß begehrt. Okay. Die große Flugwoche richtet einen großen Flugwettbewerb aus. Warum ist das nicht berärke auf die Branche? Ich war es nicht wirklich, Herr Schle успert.